Was ist das? Was ist das? Nee, da ist eine rote Binde mit weißen Reifen. Ja, da ist eine rote Binde mit weißen Reifen. Ja, da ist eine große Haftwürste. Wie ist das? Was ist das? Das ist das? Das ist das Mega-Dogen hier. Die Grafiken sind nicht bereit. Das ist das hier. Das ist das hier. Ich denke mal, weil die Grafiken... Weil die Grafiken sind ja da drin. Ich meine, dass die Grafiken sind hier praktisch... Weil die auf der Fälle sind. Der hat... Warte mal, der hat ihn denn? Was hat denn der Reifen? Der kann doch nicht stillhalten. Nee, der hat dann irgendwann da drin... Aber die ganzen Fragen sind! Der hat dann... Der... Irgendwas hat er da drin... Irgendwas hat er da drin... Irgendwache leichten Linien aber die ganzen... Nicht erkennen wollten... Ich kann doch nicht mehr so... Verlust... Ich kann doch nicht mehr so... Nee, 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 plus nicht... Das ist irgendwas anderes... Aber du Scheisters... Oah... Ja, ich habe weg... Ja, ich bin in 20 Sekunden tot. Ja, spiegerschön. Schade, der ist jetzt weggespawnt, sonst hätte ich mal gucken können. Also ich konnte es nicht erkennen, es waren dünne Linien, also auch mehr als ein Plus. Oh, ja. Aber ich bin nicht so gut. Ja, ich bin nicht so gut. Ja, ich bin nicht so gut. 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 ich habe schon so viele kopfschüsse gemacht ich habe keine trophäe vielleicht habe ich auch andere Trophäen als die ich habe die Sache hier damals alleine geregelt das klingt negativ wenn du das so sagst ich habe eine Goldbahn 3 von 75 75 über das ganze Spiel verteilt oder 75 in dem Level ja wir haben das Spiel verteilt das liegt negativ für dich das sagt echt ja vor allem wenn du sagst Kontolen angepasst naja ähm negativ ist aber muss es nun mal ja ich muss zugeben wenn ich hier zum Beispiel Call of Duty auf das damals Ghosts auf PC gezockt habe und danach auf Konsole muss ich sagen war mein Skill höher als auf PC ja guckte mal die Skill höher als 20 bis 26.000 neunhundert Prozentpunkte was damit 5.000 aber du bist ein Konzept ja das ist komisch zu sagen ja ich finde die Steuerung schön aber ich habe teilweise mit dem mit dem ziel und so teilweise schnell jemand zu bieten und mit der Scharfe zu werden wie wäre es dann zu um die Konsol ein bisschen leichter als als PC wo ich echt sagen gut ja und viel ja bleibt nur einmal am Stuhl hängen jetzt Das ist keine Abwertung oder sowas, aber das ist nun mal so. Ich kann da nichts dafür. Mir fällt es gerade bei diesem Spiel hier extrem auf. Das ist... Ich habe schon richtig Angst gehabt, dass ich mit dir hier überhaupt nicht weiterkomme, aber... Das klingt jetzt noch negativer, du Arschloch. Ich habe schon Angst, dass ich mit dir auch nicht weiterkomme. Weège that. Gra 37 001ilea Recep Ibiz Da beruf plateieren wird. Und, auf Cудia, hier ist es ein großes Gefühl, dass ich das gesagt habe. wird einsam die ok auch ja kommt ja die oberen Dach sind scharf ich Dach 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 Oh Ja, der hat die Messer, oder? Boah, da sind ja welche vor mir. Ja, da sind ja welche vor mir. Das war noch bei Zukunft. Hör, der wollte mal hin. Ich gehe gerade rechts lang. Da sind wir in. Da sind wir in. Jetzt hast du das natürlich. Ich bin auch draußen. Ich habe hier. Ja, die Reutbahn. In den Häusern warst du schon, ne? Ja, da war ich schon. Ich bin jetzt gerade hier nach rechts. Ja, da war ich schon. Achso. Tu ich nix. Achso, das ist nur die. Ich habe hier, komm mal her, hier drinnen. Sag mir mal, was bei dir in der Fahne hier drin ist. Fahnenkreuz. Ja, bei mir ist da ein eiserne Kreuz. Also zwei eiserne Kreuz. Oben eins und in der Mitte eins. So. Wir werden hier oben recht nahe sind, das Kreuz und in der Mitte eins. Und in der Mitte eins. Sehr gut. Okay, also jetzt, ähm... Wir werden hier oben weg. Er ist ja. Okay, wien wir vorne. A, wie schon? Das ist ja wie schon. Achso, mach dich. Sto, mach dich. Ich bin schon. Wut? Stopp du Wund! Wut? Da kann ich schon kommen. Alter, Alter. Das war so gut tief. Boah, alter Scheiter. Oh, ich habe eine Trophäe. Explosion, oder? Oh. Toll. Munition leer. Hier oben ist ein Raketenwerfer, Onkel. Ich habe eine Trophäe gekriegt, weil ich damit geschossen habe. Naja, hast du erst direkt schon geschossen? Ja. Okay. Oma, aus dem Fenster raus. Okay. Ich habe nicht einmal die Politik. Es kommt nicht mehr. Aber kein 3,5 Euro für die Köln. Ich habe mich gar nicht. Facken! Fick dich! Waaaaaah! Oh, da kommt ein Tretter. Speed-Tretter. 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 Ich warte gerade, dass er hier hochkommt. Wo ist er schon rum? Wo ist er schon rum? Vorsicht, da kommt keine Karte. Ja, das ist ein Karte. Ja, das ist ein Karte. Oh, 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 oh. Ja, scheiße, das kann ich nicht mehr machen. Alter, 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 ich schaube... Alter, Alter, ich liege oben. Ja, schau, den Dicken weg. Komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich hab's hier rumkraucht. Ich hab's hier rumkraucht. Ich hab's hier gerade die Zahlung zu trocken, die wir herkommen. Alter. Ich hab's hier imana Sind, im Nsterkart. Oh, ey. Etwas, ich hab's hier. Und jetzt ist der Karte. Und dann ist das sehr noch ein Karte, und dann kann ich mich älteren. Und dann kommt, dass der Karte kommt. Das ist ein totalbeschüsse Schelling, seh dich nicht. Nicht mal mit Träger, du bist doch bei anderen Fall. Ja, klar. Warte, ich zieh dich zurück, ich hab Granate. Der zerflitscht hier alles. Das ist eine deutsche Version, das ist ziemlich hart. Der zerflitscht hier. Oh Gott, ich weiß nicht. Ach. 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 Was ist das? Was? Was sagst du? Ich geh nur mit dem oberen Stock, oder? Ich geh nur mit dem oberen Stock. Ich geh nur mit dem oberen Stock. Hä? Wie geht's jetzt denn? Ich geh nur mit dem oberen Stock. Ich geh nur mit dem oberen Stock. Hallo? Ja? Ähm. Hast du noch Flieger? Äh. Im Pfarr sind wir noch irgendwo. Jetzt ist er weg. Oh Gott! Wow! Alter, alter, alter. hat wirklich doch die Säcke war Kuhn oder auch die Schäufe die das ist ein bisschen mit dem der Möder Okay, wir gucken vor allem. Mal hin, was von der Waffe hat. Ah, Schotblätter. Die Johmelle, die Johmelle, die Johmelle, die Johmelle. Wahnsinn, das ist eine Mega-Aufest. Okay. wir haben wir haben schon Zeit aufgenommen Prozent eine Stunde zehn Minuten haben wir bis jetzt aufgenommen das ist jetzt fertig oder wird das erste Level vorbei der Gardner Munition einsammelt Ziel erreicht jetzt kommt ein Video, jetzt fährt er mit Auto weg ja genau und hier kannst du jetzt so eine Ausblendung machen und uns in die Kredits reinhauen oder sowas, wo wir dann über die Bewertung sprechen Trophäe oder keine Ahnung wollen wir den Hordenmodus heute noch machen oder willst du den lieber andermal ähm können wir keine Ahnung lass uns das jetzt für die Bewertung machen oder? achso du willst das nach dem Hordenmodus machen oder? ja wir können ja erstmal so machen wir halt mehrere Bewertungen erstmal so wie wir das jetzt finden und dann halt den Hordenmodus auch nochmal eine Bewertung und dann können wir noch eine dritte Bewertung von allem machen vielleicht ein bisschen übersichtlicher ach die Scheiße dann würde ich das Video jetzt hier erstmal beenden Leute und wir sehen uns gleich in einer oder hören uns gleich in einer Bewertung von mir und Onkel Bewertung ist ja auch nicht wirklich ist ja eigentlich nur unsere Meinung ist ja keine wir bewerten es ja nicht wirklich wir haben eine Geldbahn vergessen wir haben das 4 von 5 ok also bis gleich tschüss wir sehen uns gleich bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal